Warte geht's, Welt Fünf, was haben wir denn da? Lakitus, ja, mortal! Jetzt kommt doch noch ein Lakitu. Ach du liebe Jette. Das gefällt mir natürlich überhaupt nicht. Oh, jetzt darf ich auf keinen Fall eine Standvattacke machen. Was ist das denn, ey? Den wirst du mal zum Meer? Den brauche ich doch mit Sicherheit für irgendwas. Ja, das war's. Was wird das denn jetzt, Mann? Ah, diesen Panzer bräuchte er bestimmt für irgendwas, oder? Kann man nicht erzählen, dass der immer nur hier so da ist? Um Lakitu zu besiegen, auch. Oh. Verzieh dich! Oh. 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 Oh, ohne deine Wolke bist du nichts, oder? Jetzt muss ich den Fluckraum suchen. Ich muss bloß aufpassen, dass ich keine Stempattacke mache. Oh, Mann. Och, komm schon, was ist das denn? Oh, fuck, ey. Ja, ich brauch dich mal. Wo ist der denn raus? Nein. Jetzt hab ich das. Oh, ich dachte, ich hab auch Schiss, die Stempattacke machen. Oh, komm, ich hängig hoch. Oh, komm, ey. Oh. Let's go, Red, komm, ey. Oh. Komm her. Nee, nee, warte mal, warte mal. Das muss ich anders machen. Das muss ich anders machen. Naja, wenn ich jetzt Stempattacke mache, dann fliege ich rum. Ich muss das ja auf sichere, auf sicheren Untergrund bringen. Das wäre doch Schluss nämlich futsch. Mensch, was mach ich denn hier? So, boah, ey. Was ist das denn? Eisenbahn-Yoshi-Yos. Hush, hush. Loco-Yoshi fährt mit die Gleise entlang. Drücke Y und die zum zu beschleunigen und weiche den Gegnern aus. Ähm. Kann ich jetzt selber die weichen? Ach so, das ist ein Gegner. Komm schnell! Komm schnell! schnell! Fudge! Aaaaah! Tuck, 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 tuck! Fuck, wo musst du denn lang? Los, 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 los! Verpisst euch! Da ist noch eine Blumen, die muss ich noch... Kriegen! Falsch! Scheiße! Scheiße, 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 scheiße! Geht nicht anders! Da ist ganz unten so noch was! Muss ich auch hin! Muss ich ja alles gekriegt haben! Aaaaah! Schneller! Komm, 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 komm! Muss ich ja alles haben! Yes! Schätze mal, ich hab alles gesammelt! Was? Das ist schon so ein Eisenbahn-Ding! Bin ich jetzt auch rausgekommen? Hier wohl... Hier wohl... Ah, hier wohl die Tür! Ich müsste hier bestimmt noch mal so ein Eisenbahn-Ding kriegen! Hm... Hier, das ist... Ja, komm, fick dich! Ja, komm, fick dich! Ja, komm, was das nicht denn? Ja! Also, ich bin... Tja... 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 ... Der bescheuert junge es ist denn jetzt hier ist also Akito verschwinde, ey. Mann, Mann. Ach, war klar, dass irgendwas ist. Das komische Ding ist doch nicht umsonst. Vielleicht müde, dass ich gestorben bin, wird das wenig vergessen. Oh, Mann. Ja, wow. Wie soll ich jetzt da hochkommen? Da oben weiß ich, dass da was ist. Ich komm, ich hoffe in dem Ehen war jetzt irgendwas nischt hier. Hä? Was ist denn das jetzt? Achso. Ja, aber jetzt kein Redconium. Oder? Oh, das war knapp. Ich hoffe. Warte mal. Ich dachte jetzt, wenn ich alle sammle, dass da irgendwas noch kommt. Zum Glück nicht. Oh. Junge. Die du verschwinde, alter. Was ist das ein Ding, Euro? Ich hab keine Ahnung mehr. Komm schon, beide, wievon der Kitoglu kommt. Und von Teufel spricht. Komm, eins noch. Los, 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 los! Bestimmt drunter ballern, oder? Wie viele Raccoons sinds denn man noch, ey? Ich werd's mal umgucken. Nee. Noch nicht. Oh, die haben... Kann man nicht hören. Hättest du mir gedacht, dass das oben noch ein Gesäß ist? Ja. Das ist... Das ist... Komm her, du... Füßen! Ey, willst du mich verarschen? Was ist denn das für ne Scheiße? Wie fies ist das denn? Fuck you, ey. So. Das ist denn für ne Kacke. Was willst du denn das wissen, dass der Penner da drin versteckt ist? Also, hallo? Das lass ich nicht mit mir machen. So, ich werd's mal mal alles gekriegt. Ich glaub, du spinnst, oder was? Was? 2, 6. Höhlen-Chaos. Äh... Achso. Ich dachte, die tun mir jetzt irgendwas... Moment noch. Moment noch. Jetzt hätt ich's jetzt kaputt gemacht, weil ich's doch nicht mal reingekommen. was war denn das jetzt? Oh. Die taunen sich wohl oder die Säcke. Ich darf nicht zu weit Das könnte ja durchaus so steckt sein Ich sehe euch da unten Oh, den anderen Weg gibt es ja erstmal nicht Du 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 Hoch hoch Oh, ich kann ja nur runter Setze ich hoch Red Coins Zack Sternis So Die müssen wir jetzt eigentlich alles haben Pfff Nicht zu schnell Hier kommt es auf Tampen, das ist Zeit Gut Ey, nehmen wir noch mit Du 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 Was ist jetzt natürlich Was ist die Sache jetzt Ich glaube ich muss erst durch die Tür oder Wenn ich runter gehe komme ich ja nicht wohl hoch Wahrscheinlich war Wahrscheinlich war War ja klar, dass ich wohl noch falsch laufe War einfach wieder klar Also brauche ich auch nicht großartig konzentrieren Ich habe schon Ongos zu sammeln Ich habe bestimmt schon Ongos vergessen Aber Okay Wie gesagt, ist eh egal Ich habe eh schon Ongos vergessen Das ist jetzt hier eine Wunderheit Ich habe so eine scheiß Stache Dinger Ja Das ist jetzt hier eine Wunderheit Mit so eine scheiß Stache Dinger Hier So wir müssen Blumen So zu der Blumen ist doch irgendwie gekommen Ha Sag ich es doch Kann ich jetzt noch hören Was ist denn das ey Das ist doch nicht bis zum Ende laufen So ein Schwachsinn ey Wo bin ich da trotzdem Mensch Wenn ich nicht so blöd wäre Mann Was mache ich denn Genau Was war's Genau Mann 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 Dann schießen wir noch hoch, nicht das so schön. Ne. Okay, ich muss also da nochmal rum. Ich will wünschen, dass ich das meiste, wenn es noch bekomme. Wenn ich schon nicht alles kriege. So, jetzt hier hoch. Und hier lang. Keine Ahnung. Hm. Gute. Fressen kann man die bestimmt nicht. Schnell rin. Wenn wir Glück haben, können wir nochmal, wenn es das vollkriegen. Hm. Das ist wieder so ein Scheiß hier. Kann man die fressen? Was soll das so bedeuten hier? Hm. Das Ding muss ich da irgendwie. Da wohin. Da wohin Stern ist drin. Wie gesagt, ich habe sie so. Ja, das kommt schon ins Ziel wahrscheinlich. Ich habe sie ohnehin nicht. Ohnehin nicht alles. Ach, der ist schon wohl. Da wird mir gerade noch safe drauf. Flower Hammer. Aber... Er ist scheiß halt nicht. 6 Blumen kriegen wir mal alle, größtenteils, gute Blumen hab ich mal, außer da hinten wieder, jetzt hab ich mal alle Blumen bekommen Ja, da werden sie ein Bonus spielen Also bei Welt 2 hier muss ich schon einiges, äh, muss ich schon einiges nachholen Immer weitermachen können Da hab ich doch schon einiges, äh, nicht 100% geschafft Wow, jetzt nicht nur ein Klickspiel oder so Was einer an mir bandit, drück einen beliebigen Knopf, um die einzelnen Weizen stoppen zu können Viel Glück, das hat man auch noch nicht Ach du Scheiße Das ist natürlich die Frage, stoppt sofort, wenn du drückst, oder läuft das ja noch ein bisschen weiter Ja, das läuft noch ein bisschen weiter Scheiße Ah, die Kirche hat ich fast gekriegt Wo ich's natürlich auf die 7 abgesehen hab, aber naja Ein bisschen Übung kriegst du das bestimmt locker hin